Falsche Name. Und ja, wir konstatieren, also Sie operieren hier mit Verboten, mit Enteignung, mit Bevormundung, mit Klimahysterie. Warum tun Sie das? Energie, das Energieproblem in Deutschland ist verursacht worden durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Sehe ich anders. Ist auch nicht so. Ich weiß, dass Sie es so nicht sehen. Und ich weiß, dass die AfD-Fraktion in dem höhnischen Gelächter die Opfer der Ukraine verhöhnt. Und daran, dass wir nicht die russischen Kriegskassen füllen wollen. Und die Sicht als Kohle wird nicht mehr gekauft. Wie Sie vielleicht wissen können, das zeigt, dass Sie relativ uninformierte Fragen stellen. Wir kaufen kein Gas mehr aus Russland. Wir kaufen keine Kohle mehr aus Russland. Wir kaufen kein Öl mehr aus Russland. Und das tun wir, um die Kriegskasse von Putin nicht weiter zu füllen. Ich verstehe nicht, das muss ich in der Härte sagen, wie Sie die historische Schuld, die dieses Land auf sich geladen hat, ausblenden können, sogar noch unterstützen. Das ist für mich schwer nachvollziehen. Und darauf auch noch eine Frage aufzubauen ist... Danke. Danke. Danke.